Hau raus! Ach guck! Ladies and gentlemen, welcome back to Minecraft Minigames! Wir sind wieder zurück mit einer kleinen Runde Mario Party! Ich geh direkt los. Party! Wir würfeln gleich. Party Party! Und wer gewinnt? Ich der erste. Ja. Ist nicht wahr. Und es ist unglaublich laut hier gerade. Dribbel, 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 dribbel. Oh wow, eine Eins! Ja, wir fangen qualifiziell mit einer Zwei an. Boah, Leute, könnt ihr mal stehen bleiben? Ich komm zu dir. Und wir haben, hab ich eben gerade gesehen, nicht nur den Falk dabei, den man aus der Community ja auch ein bisschen kennt und der heute wunderhübsch in Princess Peach Rose unterwegs ist, sondern auch den inbekannt hier als Joni Kobi. Ich bin Joni Kobi. Ich bin Joni Kobi. Ich bin Joni Kobi. Oh, bei mir ist niemand, den ich kenne, oder? Der Kai ist bei mir. Ach, ihr seid alle da. Hui, wie viele haben denn die vier gebürfelt? Hallo Kai. Weil ich alleine bin. Ich wollte Pferde rennen. Dann gönne ich mir doch nochmal einen F5 für Pferde. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Ja, das gab's gerade immer geboot. Ja, das gab's im Steep Sale. Ich bin eh schon blank, aber von daher... Mh. Mh. Äh. Macht's dann tut auch nix mehr zur Sache. Oh. 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 Ja, man sollte am besten nicht crouchen drücken, wenn man... Bisschen ruckelt schon, ja. ...los rennen möchte. Es hat bei mir übrigens gerade ein bisschen gedingdunkt, weil irgendwie... ich glaube ich gerade aus Versehen meine. Ahui. Gott. Mann. Mann sollte nicht davon ausgehen, dass man wer anders ist, wenn man steuert und sich wundern, warum das Pferd so komisch läuft. Der war vorhin grün und nicht rot. So, warst du aber auch. Nein. Ah, jetzt. Jetzt habe ich auf den Pferde geguckt. Ja. Ja, ich roll das Feld von hinten auf. Ich mach da hier, bin hier, also... ...bombig schlecht. Wie immer. Fall einfach vor mir alle runter. Ich sitz dem Falten. Ja. Ja, du hast... Andersrum wär's lustiger gewesen. Vielleicht schaff ich's nicht. Es ruckelt ein wenig. Ja, ich hab den Falten gemöckelt. Oh je, es ruckelt wirklich ein wenig. Ich hab Furzwasser vor mir, ist das eklig. Dann weißt du ja, was du machen sollst. Das ist jetzt nicht so, worauf man stolz sein sollte. Boah, ey, wie eklig. Nicht, 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 nein. Ach, verdammt. VK75 ist übrigens auch da und liefert sich mit mir gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja, es müssen noch drei vor mir tot umfallen. Er ist erster geworden. Nein. Verdammt. Manu, nur weil ich Crouchen gedrückt hab zu Anfang. So war's aber auch. So war's aber auch. E5 hat wieder seine Dienste nicht gelassen. Du bist einfach nur zu schlecht. Und ich hab ne 1 gewürfelt. Ich auch. Ach ne 2, ja. Ne 4. Na ja. Heute spielen wir mal, wer als letzter in Zielkontakt gewonnen hat. Und ne 3. Genau. Dann hab ich quasi... Oh, ich bin auf dem Bonusfeld. Dann hab ich Chancen. Du bist Erste. Hey, ich bin voll... Ich bin nicht Erste. Also eigentlich bin ich mit meinem, äh... Ich bin bei Kai. Also laut meinem Ding bist du Erste. Was? Das, äh... Ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Das stimmt gar nicht. Okay. Jetzt bist du nicht mehr auf dem ersten Platz. Nein. Definitiv nicht. Weil das kann ich überhaupt nicht. Jetzt hauen wir dir ein paar auf die Nase. Ich bin absolut überhaupt kein PvPler. Gar nicht. Wer ist da schon? Ich will nur nicht die blöde, blöde Schaufel haben. Geh weg. Die Schaufel ist immer noch besser als das olle Schwert. Ne, die Schaufel ist blöd. Ich schaufel immer nur aus Versehen den Sand weg. Geht das? Ja, er kommt wieder, ne? Aber... Ja, aber... Der hat mir den Killband hier geklaut. Alter, ihr klaut mir alle die Kills. Ich bin tot. Ihr seid voll die Killklauer. Aua! Hier ist der Ohn, der ist direkt wieder verkloppt. Was ist denn das? Spawn-Killer! Ich spawne von allem weit weg. Aua! Dann hab ich mal die Drachen erlegt. Warte, ich will auch wenigstens einen Kill haben. Danke. Aua! Alter, bei mir rufen... Die bewegen sich alle nicht! Was ist da? Oh, das war grad der Falk. Geh mal woanders hin. Hier kloppt sich zu viele... Oh. Okay. Spiel vorbei. Was? Was? Wieso bin ich zweiter? Ich hab drei Leute umgebracht. Siehst du mal. Reicht. Reicht anscheinend. Ja. Nehm ich in Kauf. Und würfel wieder eine Eins. Was ist denn das hier heute? Oh. Eine Eins. Ich würfel ständig vier. Ich sagte doch bereits, ich bin nicht Erste. Ihr könnt mir das ruhig glauben, wenn ich das sage. Boonusfeld! Ne, das ist... Ich hab'n Pausaufel. Boonusfeld. Das ist ja voll die Schikane hier, drei Felder nach vorne. Plom. Dafür hab' ich jetzt hier irgendwie Furzwasser bei mir. Ich bin aber noch mit dem Gleichen auf einem Feld. Hallo. Es ist deprimierend. Ich hatte zwei Würfel. Er hatte nur einen und wir sind wieder auf dem gleichen Feld gelandet. Nur dann quer die durcheinander. Oh, Mini-Survival-Games. Die mag ich. Da sterb' ich immer am Anfang. Mal gucken, was kommt drauf an? Ja, sterb einfach so. Mal gucken. Das ist ähnlich wie Hunger Games. Huch, ich hab'n gespawnt. Genau. Das ist so, dass man sämtliche Kisten direkt aufnimmt. Man macht sie nicht auf und guckt rein, sondern man klickt sie kurz an und dann hat man sie im Invertar. Oh, ich auch nicht. Die war leer. Auch schön. Es gibt halt auch leere Kisten. Ich hab' noch nicht eine Kiste gesehen hier gerade. Nicht? Ich hab' schon goldenen Apfel gefuttert. Oh, super. Ich find' hier gar nichts. Nein! Ich bin auch noch etwas arm grad. Ihr seid aber arm dran. Ja, löscht hab' ich. Boah, ich hab' mir gerade selber die Haxen gebrochen. Boah. Boah, alter, wie der schlickt. Schlägt oder leckt? Leckt. Wer schluckt? Kommt das nicht aufs Gleiche raus? Um mich rum sind Menschen, die sich hauen. Oh no. Hi. Muss gar nicht versuchen. Ich hab nix. Ich find das nicht, find das nicht gut. Nein! 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 Nein, 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 nein. Flucht. Flucht. Das war jetzt nicht so schwer. Lass mich alle in Ruhe. Ich versteck mich. Ich geh baden. Geh einfach weinen. Der Checker ist weg. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oh, Junge. Na du, Arschgeige. Oh, leck mich, leck mich, leck mich. Furtzwasser-LP find ich ein super Name. Was, wir sollen dich lecken? Also... Na, bitte nicht solche ordinären Gedankengänge. Wir sind hier nicht bei Basti und Franz in den Let's Plays. Ja, benehm dich bitte. Genau. Ich glaube manchmal so ein weiblicher Basti und Franz in einer Person. Weiblicher Basti und Franz in einer Person. Könnte das bitte jemand twittern? Kann grad nicht. Das lassen wir die Zuschauer machen. Genau. Dafür sind sie ja auch Zuschauer, dass sie solche Sachen machen dürfen. Da hängt der Innenbekannte in der Luft rum. Aua. Vielleicht so tot. Leck mich. Ah. Bin ich von einer Piets gebürtet worden. Frau Gabel! Zügeln sie ihre Zunge! Nein! Doch! Gar nicht! Du kannst das. Du bist schon groß. Nein! Du bist übrigens verfolgt. Ich weiß! Das ist das Problem! Und ich glaube, das ist derjenige, der mich gekillt hat. Und da kommt noch ein zweiter dazu. Nur so unter dem Punkt. Max spielt. Max spielt? Was spielt er denn? Der hat mich kaputt gemacht. Minecraft wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber es sind nur noch eine Sekunde. Du überlebst. Spiel ist vorbei. Yes! Ja! Ach guck hier. So gehört sich das. Feige weglaufen und gewinnen. Das hab ich versucht. Ich bin dabei kläglich gestorben. Ich hab auch zwei Leute da umgebracht dabei. Also so ist es ja nur nicht. Ich bin der Fan. Der eine heißt Kai. Eine sechs. Eine zwei. Eine fünf. Ich bin heute nicht gut dabei. Ich arbeite mich echt hoch. Zwo, drei, vier. Eine drei. Und eine zwei. Glück gehabt. Ich bin über das Bowserfeld. Hallo, Jo. Ich bin bei Furzwasser. Eine weniger und wir wären auf dem Bowserfeld gelandet. Ja, eigentlich schon. Jo, Nico, wie ist bei mir? Ja, das ist cool. Und hier steckt keiner im Boden. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Bin ich immer noch vorletzt. Der steckt bei mir nicht im Boden? Autonook steckt bei mir im Boden und ist komplett schwarz. Nee. Das findet der vielleicht toll. Hast du ihn mal gefragt? In T-Run! 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 Also, passt auf eure Füße auf. Ach der, den bekam dich auch wieder dabei. Aua, warum krieg ich Schaden, wenn ich hier lande? Ja, der steht mit mir auf einem Feld. Also wenn es hier bei mir im Hintergrund merkwürdige Geräusche gibt, der Hund ist gerade ein bisschen spazig gegangen hier. Der würde da auch gerne mitspielen. Ja, nee, ich glaube nicht so. Nicht so? Nö, ich denke nicht. Schade. Hätte ich in meinem Laptop geliehen. Die Welt lädt nicht, das ist gerade ganz unpraktisch. Das ist schlecht in dem Spiel, ja. Das ist ein wenig unpraktisch. So ganz leicht, ja. Ist gut. Nein, natürlich, mit einem Sprung aufgehört zu sprinten. Wie ich das hasse. Verdammt. Hängen geblieben. Für die Vorwarnung, bei mir kam es kurz danach jetzt auch. Ja. Naja. Leerer Verlierer und so, kann ich nicht. Wer ist noch drin? Ich nicht. Ich bin auch da. Jo, wo ist das? Laufen! Du bist da aber nicht immer lange gewesen, wie das bei dir aussieht. Ja, da war irgendwie nix mehr. Nee. Ich hab auch den Fehler begangen und bin in die Mitte gelaufen. Das hätte ich nie machen sollen. Wieso, die Mitte sah eben noch ganz gut aus. Ja, aber nicht da, wo ich war. Da war keine Mitte mehr. Also es war schon noch Mitte da, aber es war Mitte, die war so blöd zu hüpfen. Oh ja. Dieser Kant läuft noch. Wo denn? Hier hinten. Und der sieht ganz gut, gerade hier in rot. In rot, hinten. In rot, ja. Oh. Aber man kann ja hier leider nicht runter, das finde ich immer so blöd. Los, du schaffst das. Es sieht gut aus. Mach das Ding. Noch 30 Sekunden. Ah, das war raus. Oh. So war's und nicht mal dritter, ne? Das ist aber, das gibt aber, das gibt böse Meckerschutz. Ui. Ups. Knack. Das ging schnell. Ja. Einige stecken im Fußboden. So. Schaff ich jetzt mal mehr als ne Eins. Dir qualmen die Füße. Wir? Ne. Jo. Oh ne Sechs. Ja. Ne Sechs. Ja. Ja. Entschuldigung. Also wir bleiben bei einer anderen. Das heißt, ich bin jetzt voll alleine. Ja. Ich bin jetzt Furzwasser-LP verfolgt tatsächlich. Max spielt, Falk und... Falk. Falk und Max spielt. Hallo, Falk. Falk sieht sehr hübsch aus mit diesem Mädchengesicht. Das steht ihm ausnehmend gut. Ja. Habe KSC-Fan bei mir auf dem... Platz. Ihr seid genau... Ihr haben das im... Freier Fall. Das gefällt mir doch. Ja, ihr seid genau ein Ding vor mir. Oh du... Oh nein. Ich seh nur deinen Namen. Aber nicht dich. Viele Menschen auf einmal. Boah der tut wieder ein bisschen... Ein bisschen träge sein in das Spiel gerade. Tut ein bisschen träge sein? Ja. Es geht eigentlich bei mir. Auch wenn ich jemand gelernt hab, man tut nichts tun tun. Guten Tag. Erster. Tuck. Drinnen. Oh mein Gott. Ich das hasse hier zu Anfang, wenn so viele auf einmal da sind. Hui. Hui, durch. Verdammt. Du bleibst hängen. Ah. Ah, verdammt. Ich war fast durch. Doch. Oh verdammt, das war so klein. Ah. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Ich glaub, man muss das echt intuitiv machen. Einfach losrennen. Nee, nee, das gibt... Und die richtige... Oh Mann, so schnell. Ich wollte nochmal hüpfen. Es gibt schon die bestimmten Stellen, wo man ganz gut fallen kann. Ja, das ja. Aber halt da nicht großartig gucken, sondern an der Stelle halt einfach runterlaufen. Ja. Das kommt dann irgendwann. Das war aber dann alles auf einen Schlag, oder? Eine 6. Eine 6. Eine 6. Tschüss. Manno, ich mach nochmal eine 6 würfeln. Ich bin so schlecht heute. Eine 2. Yay. Das Beste draus gemacht. Ein rotes Feld, ein Bowser-Fan. Haha. Und ich hab immer noch Falk und Max spielt bei mir. Ein blaues Feld. Yay. Und Kater Leo kam hier grad noch angewüpft. Ja. Ich bin nur so alleine hier unterwegs. Und Kai mogelt. Ja. Gar nicht. Doch. Wettrennen. Ach du liebes bisschen, das kann ja nichts werden. Wettrennen? Das mag ich, das mag ich. Ich schaff das zwar nie, aber ich mag's. Ich bin sogar schon mal ins Ziel gekommen in letzter Zeit. Ob ihr's glaubt oder nicht? Ne, das ist abhängig davon, wie schnell die Leute sind, die so mit mir spielen. Weil ich bin halt dann an manchen Stellen doch ein bisschen doof. An manchen Stellen ist auch einfach, da brauchst du eine Sekunde zu wenig abspringen und dann ist es vorbei. Ich hab den Start hingelegt. Den typischen. Boah, ich bin hängengeblieben an den... Ist nicht gesprungen! Das Problem hab ich auch ganz oft. Ich schieb's da immer auf. Ich hab auf die Leertaste gedrückt und ist nix passiert. Der Klassiker. Hui! Er ist den großen Sprung geschafft! Fass es nicht! Ja! Ich auch! Würde mich nicht so freuen! Verdammt! Lieber nicht so laut! Hui! Hier wäre Benni Hill Musik jetzt sehr schön. Ja. Du solltest sie einspielen. Aha, aha, eine Drache vor mir. Da kam mir grad wer entgegen. Irgendwie hat da jemand die Richtung nicht gefunden. Also er ruckelt gerade. Es ruckelt gerade. Es ruckelt gerade voll. Ah, da fällt er. Verdammt! Hui! Und dann fällt Ewigkeiten. Das ist so doof. Ja, dass man immer so lange fällt, ist echt ätzend. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Heilige, Heilige! Manchmal würde ich gerne so einen Spiegel haben, dass man gucken kann, wer hinter einem gerade läuft. Ich war gerade hinter Yorubao. Verdammt! Zu kurz. Ich bin an einem Ort gelandet, wo ich nicht wieder weg kam ohne zu gehen. Zu sterben. Das war ein bisschen durch. So. So geht das. Oh Gott. Oh shit! Wahnsinn! Ich bin vierter. Ich bin nicht einmal abgeschlürzt. So muss es sein. Oh, hätte ich nicht... Oh, ich bin so weit gekommen wie noch nie! Also entweder bin ich bei einem Spiel letzter oder erster. Was dazwischen gibt's nicht. Meistens ist letzter. Du warst eben zwischendurch auch schon dritter. Uh, sechs. Oh, das war nur ne drei. Das war nicht gut. Nee, ich hab noch fünf. Oh, ne sechs. 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 Oh, ne sechs, die blöde. Das gibt's nicht. Ich bin aber trotzdem da dran. So, wo bin ich jetzt? Ich bin der letzte von uns. Kai ist Platz zwei. Oh, ich hab euch überholt. Ha! Du willst mich doch wohl nicht etwa erreichen, oder? Vielleicht. Echt. Nein. Vor allen Dingen steckst du bei mir bis zum Hals im Boden. Wir spielen jetzt Mob an. Mob Arena. Lass uns den Kai ein bisschen mobben. Nein. Mob den Kai. Mob den Kai. Gib mir Eier. Gib mir Eier, dass ich ihn hauen kann. Seine Lein. Oh je. Gott, bitte. Der war, also, ehrlich, der war, der war richtig schlecht. Ich trieche gar nicht. Entschuldigung, ich saß heute schon neun Stunden in der Uni. Okay. Darf das. Komm runter da, du blöde Spinne. Liebste Spinne, würdest du dich töten lassen? Liebste Skelett, würdest du dich bitte von mir töten lassen? Ah, diese Kills-Dealer immer. Kills-Dealer? Ja, Kills-Dealer. Kills-Dealer? Was ist das? Kills-Dealer, Kills-Dealer, Kills-Dealer. Oh je. Muss mal ein bisschen aufpassen. Keine Point. Doch jetzt. Wow. Ich seh nix. Alter Leute, ich bin echt tot. Dann solltest du dich vielleicht etwas rausziehen aus der ganzen Angelegenheit. Ja, toll, voll in Lava. Ist jetzt auch nicht so unbedingt schlau. Ich geh ja in erster Linie auf die Fledermäuse und die sind nicht gut zu fliegen. Nein. Naja, immerhin elf Kills. Ich hatte auch 15 Kills. Bitte Schiebung. Ich sterbe auch immer eine Sekunde vor Schluss. Das ist so. Das anders wär ja langweilig, ne? Ja, ich hab auch diesmal eh nicht viele Kills gehabt. Kann ich würfeln. Ne vier. Ne zwei. Ne sechs. Tschüss. Jo. Oh. Die cheatet. Die weiß wie. Das nächste Mal, dass wir Drachen nicht mitspielen, ist klar, ne? Die darf nur noch mit Jack-Jack spielen. Oh, ich bin vierter Platz. Sind gerade einige raus, ne? Kann das sein? Wollen wir nicht mehr? Ja, Falk ist jetzt auch grad rausgegangen. Die wollen uns alle nicht. Bis Falka. Tschüss. Was spielen wir denn jetzt? King of the Hill. Ich werde es wieder nicht schaffen. Weil ich keinen Plan habe davon. Ich nehme immer den falschen Weg. Nicht nur ihr, das geht mir auch so. Oh, dies ist direkt losgegangen. Kasse ist, dass man nichts sieht zu Anfang. Und mit F5 kann ich nichts umgehen bei dem Spiel. Oh, zu viele Leute. Too many friends. Too many people. Verdammt. Na ja, Friends würde ich das jetzt hier nicht nennen. Komm doch alle. Komm doch nicht hoch. Auch euch nicht. Joho, ich wollte mal den wo. Wo ich lang gehe. Du machst gerade ein bisschen. Ich hab nur gesagt, dass ich keinen Plan habe, wo ich lang gehe. Nein, nicht runterfallen. Am besten hoch. Alter. Was denn? Alter. Geh weg. Jetzt bin ich mies drauf. Machst du voll gut drauf. Alter. 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 Ihr könnt mich. Ich habe das aber auch mal geschickt. Du Kackstift. Geh doch. Alter. Und dann zu mir mal sagen, dass ich immer so unfreundlich bin, ne? Der ist in der Höhe von fünf Blöcke und guckt auf mir rum. Der soll doch sich... Oh, ich bin ganz runtergefallen. Der ist halt sauer. Wow. Der ist behindert. Ach, ihr habt ihr verloren. Ja. Warte, ich hätt's auch noch bis zum Ziel geschafft, bitte? Ich war grad da, ich war also... Ja, du bist so toll. Ich hab dieses Ding noch nie von oben gesehen, ne? Ich muss mir den oben genauer und noch auf den Rechtsklick machen muss. Oh, eine Eins, super. Toll, ich hab ne Eins gewürfelt. Was denn dann, ne Fünf? Ja. Ich hau dir gleich mal. Und ne Zwei. Sag mal, wie kann man eigentlich so bescheuert sein? Ich seh'n Junge. Man kriegt zwei Sechserwürfeln, würfelt ne Eins und ne Zwei. Hallo. Und tschüss. Hallo. Warum bist du jetzt vor mir? Ich find das nicht richtig. Warum bin ich eigentlich immer mit dem KSC-Fan? Ich bin ne Etage über euch. Mhm. Toll, toll. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin die Letzte von nun. Wir spielen Lockhart. Weiß ich nicht. Geht bergauf, vor mir und hinter mir. Okay. Deswegen kann ich das nicht so sehen. Ich seh'nix, ich seh'nix, ich seh'nix. Ich will nix sehen, ich will nix sehen. Kommt das auch. Oh, macht mal. Macht mal. Macht mal. Mach mal ne Farbe hier. Schwarz. Schwarz ist keine Farbe. Woher doch, schwarz ist Farbe. Weiß ist keine Farbe. Woher das lässt sich auch diskutieren. Oh. Oh. Da. Haha. Ich hab zuerst gesagt, also... Ich kann spüren. Wie gut. Oh. Ich sollte Sprinten drücken das nächste Mal. Oh. Oh. Warum fällt dir keiner runter? Warum sind die alle so gut? Warum fahle ich als erste runter? Weil das gleich drastisch losgeht. Weil du sonst immer so gut bist. Ja, jetzt geht's gleich schnell. Ich bin sonst gar nicht immer so gut. Was? 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 Na ja. Ne? Schwarz. Ich steh... Ich schweb über Schwarz. Äh, Blau. Ich bin über Blau. Ich bin... Das hat wieder ein bisschen was rausgeholt. Was? Nein. Verdammt. Oh. Da hat die Drachen gewonnen. Oh. Jetzt werd ich wohl zwei Sechsen würfeln und ins Ziel rennen. Oh. Oh. Hau sie. Hau sie. Schöne. Mit dir spiel ich nicht mehr. Ne Sechs. Ne Sechs. Ne Sechs. Na immerhin ne Fünf. Ja. Das ist doch... Kann ich ja noch was machen. Und ne Vier. Und ne Vier. Oh Mann. Also mit dir spiel ich echt nicht mehr. Du bist nicht mal Erster? Oder wurdest du noch nicht gesetzt? Wer? Ich bin immer noch die Letzte von uns. Wachen meine ich. Du bist immer Erste. Ich bin gesetzt worden. Aber ich bin sehr nahe dran. Ja jetzt wurdest du gesetzt. Bei mir war's nicht. Keine Zehnfilter mehr. Madame. Und ich bin eint hinter nem blauen Feld gelandet. Kommt noch. Das schaffst du aber. Selbst wenn du jetzt kiepst, dann werd ich mit Sicherheit als erstes aufhalten. Wir haben eh keine Chance, weil da haben wir so wieder gewinnt. Ich hab beim letzten Mal relativ lange durchgehalten erstaunlicherweise bei dieser ganzen Schaufelgeschichte. Also für meine Verhältnisse. Ich war dann wohl nicht lange. Doch. Doch nicht unter mir hier. Lassst ihr das bleiben? Ah, ich hab die Pommesgabel versenkt. What? Fiefdorf, du cheatest. Ich hab dreimal auf dem Block unter ihr gehauen. Ach komm. Ich beschwär mich auch nicht. Ich bin auch alleine ins Loch gelaufen. Ja, ich bin nicht ins Loch gelaufen. Ich hab dreimal auf dem Block unter ihr gehauen. Und das ist nichts passiert. Jetzt sind dann Leute raus aus mir. Das ist die Strafe. Das ist die Strafe. Guck's dir an. Die stand gerade in der Luft. Die cheatet. Die cheatet. Die Strafe dafür, dass du mich rausgeschmissen hast. Wer cheatet? Das hat Spaß gemacht. Jaja, ist klar, ne? Immer auf die armen Schwachen. Ja klar. Nein! Verdammt. Immer auf die armen Schwachen YouTuber. Mit dem YouTube-Money. Ich hab dir übrigens nicht einmal geschaufelt. Ich bin einfach immer nur weggelaufen. Wer ist denn noch im Spiel drin? Ich bin ja hinterher gelaufen. Hab mich dabei selbst... Wer denn wohl? Oh nein! Nein! Nicht mehr! Haaa! Haaa! Ja, Joni, Kobi ist auch schon raus. Input auch, ne? Ich hab doch gesagt, ich bin total schlecht. Ich glaube, der hängt gerade im Mino. Du bist trotzdem die Beste von uns gewesen. Das ist ja nicht meine Schuld. Soviel zu deinem total schlecht. Toter als schlecht. Das auch, ja. Genau. Toter als schlecht. Ich bin toter als schlecht. Ich bin toter als schlecht. Da kann man auch nur schlecht sein. Die betteln sich hier jetzt ganz toll. Ja, vielleicht sollte ich mal runter gucken. Der eine leckt sich auch so ein bisschen durch die Gegend. Ah, so ein bisschen. Ist auf dem Boden. Ja, der versucht den Schnee wegzunecken. Klappt ja auch ganz gut. Liebe Kinder, keinen gelben Schnee lecken. Ja, was lernen Eskimo Kinder als erstes? Warum? Na? Okay, weil Schnee ist bäh. Oh nein, der... Ui! Oh, Resetbo. Entschuldigung. Ja. Also, es ist eh jetzt vorbei, weil die gute Frau... Der ist genauso wie ich in der Letztruhe. Einfach mal rückwärts ins Loch laufen. Ne, das wurde ihm weggeschossen. Da war vorher nix. Äh, da war vorher noch was zu rum. So. Eine Eins! Mensch! Eine Vier. Eine Fünn. Ja, wieder Spaß heute. Na und Drachin im Ziel. Weiß ich noch nicht. Was hast du gewürfelt? Ne, ich glaub so... Ne, klar ist sie im Ziel. Ja, klar ist sie im Ziel. Geht bis 65. Nein, nein. Ne, eins fehlt. Was? Eins fehlt. Das geht bis 68. 68? Ja, ich seh das kann das letzte Feld wählen. Oh, ob sie das in der nächsten Runde noch schafft? Hallo Gabel. Hallo! Ach, hallo! Hey! Ich steh hier mit Fremden. Kucheln, Kucheln, Kucheln! Kucheln! Das ist aber echt nicht so der Durchblick, ne? Ne. Ich hab keinen Durchblick. Aber die rosa Nase war sehr schön dazu. Das ist ja die Vario-Nase. Ich bin ja heute gelb. Hi Kai. Gelb. Das Gelb ist nicht schön. Ui! Ging auf einmal los. Hoch. Ui! Oh nein! Zu weit. Oh nein! Wie oft will ich denn noch irgendwo gegen trotzen? Ey, könnt ihr mal springen? Bitte? Ach komm, das wird heut nix. Ich hau hier mal irgendwo unter. Ja, ich bin gerade bis nach ganz unten abgesoffen wieder. Ja, ich bin heute jetzt irgendwie noch gar nicht mal so halbwegs hochgekommen. Ich bin da bis ganz unten jetzt. Oh nein! Hallo? Ich sollte auch mal nach oben gucken beim Springen. Boah, gerne springen? Nicht schon wieder. Boah. Ich bin auch weg. Schlechte Runde für mich diesmal? Für uns alles. Ach, du hast eh gewonnen. Du willst uns nun mal kavaliermäßig gewinnen lassen. Hast du gerade gesagt, für uns alle ja nicht? Ja, ich bin ja auch abgesoffen nach unten einmal wieder. Ja, er wollte gerade auf dezent drauf hinweisen, dass er, oh je, erster ist. Ich bin heute irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da gerade ein bisschen zu dumm zu. Da hab ich wohl gerafft, Gabel, aber da wollte ich nicht drauf eingehen. Ja. 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 Kann ich auch ne Eins würfeln? Ja, ich hab ne Sechs gewürfelt. Ja, ich hab ne Sechs gewürfelt. Ja, ich hab ne Zwei. Oh mein Gott. Darf ich nochmal würfeln? Bitte. Darf ich nochmal gucken, wie viel ich bin, bevor sie ins Ziel... Ach, ich darf nochmal würfeln? Ich hab zwei Einsen gewürfelt. Ich bin noch hinter dir gelandet, direkt, Alter. Ich wär noch fast Dritte geworden. Vor allem, ich hätt's ja noch ins Ziel geschafft. Ist das nicht schön, hier zu stehen, wenn man sich nicht bewegen kann? Ich hätt's ins Ziel schaffen können. Das ist super. Ich kann mich nämlich bewegen diesmal. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wie sieht denn die Platzierung eigentlich aus? Du bist immerhin Dritter. Genau. Also das werde ich nicht. Trotzdem würde ich Erster sein können. Na und? Ich hätte über Selina ausschließen können. Wie noch was? Ja klar. Hätte, wäre, wenn. Alles egal. Spiel vorbei. Drachen hat schon Mina gewonnen. Hier spiel ich nicht mehr. Langweilig. Jack-Jack hat einen Konkurrenten bekommen. Wer jetzt wissen will, wer Jack-Jack ist und keine Ahnung hat, worum es geht, darf gerne mal bei Darknasty in die Streams reingucken. Da ist der... Ne, nicht Darknasty, da Kiekste. Genau. Denn da, wenn der Minigames spielt, dann haben alle einen Hass auf Jack-Jack. Das ist vielleicht die Drachin. Ja. Das ist meine zweite Count. Genau. Sie spielt mit zwei Accounts gleichzeitig manchmal. Wir verabschieden uns jetzt aber trotzdem von euch. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, ihr dürft uns natürlich gerne unsere Meinung sagen in den Kommentaren. Ja. Aber auch gerne Server und Spiele empfehlen, die ihr gerne mal sehen möchtet oder gerne wiedersehen möchtet. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.